Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lost Ark. So, ich habe jetzt nochmal einen neuen Charakter erstellt mit meinem Namen, wie man YouTube-Kanal ebt. Ich habe jetzt Kriya Paladin genommen. So, warte mal, ich darf mal nicht. Jetzt bin ich hier Stufe 11. Bitte. Äh, Verderbter. Äh, Verderbter. Verderbter Zima, ne, Verderbter Zima, ja, genau. So. Ich bin der Verderbter Zima. Äh, Zima, ja, Zima, ja, Zima, doch. So. Ähm, so. Also. Wir werden jetzt hier nochmal die paar Quests, die es hier so auf der Karte gibt, spielen so wie den. Hier in der Kneipe im Bus und einer hier. Und die hier nochmal, ich habe jetzt hier schon eine angenommen, wo ich hier einen Blumenstrauß irgendwo hinbringen soll. Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Ja. Ja, nun. So, machen wir mal. Wenn du um diese Jahreszeit nach Stammhügel gehst, wirst du wahrscheinlich weiße Rutschnebel sehen. Ähm, wir sammeln ihre Federn und um daraus im Winter Kleidung für die Priester zu machen. Normalerweise gehen die Dorfbewohner nach Stammhügel um die Federn zu sammeln, aber in letzter Zeit konnten wir das wegen der Grabäuber nicht mehr tun. Meinst du, du kannst einige Federn in Stammhügel sammeln und sie Ayala zum, äh, im Ausrüstungsladen geben? Ähm, sammle in Stammhügel Daumenfedern von weißen Rutschniebeln. Null von 100. Ja, das brauchen sie alles nicht durchlesen, denn im Grunde genommen soll ich hingegen Federn und Saunen hinzubekommen und es dann eben halt geben Kampf-EP, Kader-EP und Silberheim. Alles klar, machen wir doch glatt. So, aber jetzt wollen wir natürlich auch nochmal die... Die anderen... Und? Passiert heute etwas Aufregendes? So, warte mal. Großer C von Kordo, das ist der zweite Tag in Folge, den er mir Blumen schickt. Ich nehme sie schon an, aber... Was soll ich mit ihnen denn anfangen? Ich habe kein Händchen für Pflanzen. Oh, das ist mir eigentlich ganz ehrlich gesagt... Ziemlich. Eins der Beete auf dem Platz wäre sicher perfekt dafür. Haha. Das perfekte Verbrechen. Würdest du den Strauß bitte in eins der Blumenbeete legen? Ähm, ja, klar warum nicht. So, falls ihr einen fragt, es war meine Idee, diese Blumen dort hinzulegen. Warte mal, aber kann ich die jetzt hier nicht aufhinpacken? Normal, normal... Normal... Wie wird... Die P um sie mal 68 für 8 Sekunden, 60 für 8 Sekunden, auch so, okay, gut. So, was ist das jetzt eigentlich? Glückheitsroh begründen. Passiert heute etwas Aufregendes? Okay. Warte mal, kann man die jetzt hier hinziehen? Nee. Dieser Platz ist nur für Heiltank. Ja, so. Ja, wo kann ich die denn jetzt... Ach, hier unten ist er schon automatisch. So. Oh. Okay. Okay, 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 okay. Wow. Und? Gibt es Neuigkeiten? Gibt es etwas, das du brauchst? Eigentlich nicht. Noch eine Runde! Oh! Ich sehe in letzter Zeit sehr viele Abenteurer in der Gegend. So, warte mal. Man kann da hier mit ihr auch noch mal eine Quest einnehmen. Du bist neu in Brighton, nicht wahr? Du bist also in meine Taverne gekommen, um mich zu treffen. Das heißt dann, dass du die Hälfte des Dorfes schon gesehen hast. Haha. Ja. Falls du die Hälfte des Dorfes sehen wirst, kann ich dir... Naja, das hatten wir schon immer einen anderen Charakter. Schau dich in Brighton um. Pridehome ist eine Stadt voll religiöser Geschichte. Die Löwenstatue im Zentrum soll die Priester ehren, die gegen die Dämonen kämpften. Die Einwohner der Stadt nehmen sich jeden Tag Zeit, um diesen Priestern im Gebet zu danken. Von außen scheint Pridehome ein ganz normales Dorf zu sein. Aber eigentlich ist es einer der heiligsten Orte der Welt. Pridehome ist und bleibt ein beliebtes Pilgerziel. Und? Gibt es Neuigkeiten? Äh, mache ich das. Ich kann nur einen Minikast schon abgesehen sein. Schließe sie ab, wenn du die laufende Kast klickst. Na, ich wollte hier noch gar nicht. Okay, gut. Keine Probleme zu melden. Gibt es etwas, das du brauchst? So, also, hier war ja noch der andere. Keine hier. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Äh, so. Mit Pridehome gibt es einen Baden-Spiel. Mir will einfach kein Lied einfallen, das es mit der Musik der verdammten Badessehre aufnehmen kann. Ich brauche eine Muse. Könnte ich doch nur jemand bei einer, einem total unglaublichen, innovativen Akt der Kreativität zu sehen. Bist du auf, äh, bist du von der kreativen Sorte? Könntest du mir vielleicht helfen? Mir will einfach nichts einfallen. Ähm, zeige dem Baden-Duport etwas unglaublich und innovatives Option. Drücke Z, um das E-Mode-Tensor zu öffnen. Und setze das E-Mode-Tanzen ein. Gibt mir das E-Mode-Tanzen ein, um zu tanzen. Okay, tanzen, tanzen, tanzen. Hier geht dann, tanzen. Das E-Mode-Tanzen ein. Das E-Mode-Tanzen ein. Das E-Mode-Tanzen ein. Ich bin da, das E-Mode zu verbreiten. Das E-Mode-Tanzen ein. Gibt mir das E-Mode-Tanzen ein. Ja, jetzt. Möge Regulus für diese Seele wachen. die notfenster zu öffnen bitte beschützt ja soll ich das jetzt brüder und schwestern lasst uns beten kann man das irgendwo hinpacken ja jetzt auch der jetzt zum gemacht aber irgendwie ich muss gerade eine anrechnung ich will aber nichts tauschen ich will jetzt hören was sie denn weiter Das ist ein Blödsinn. Ja, aber irgendwie passiert ja jetzt nichts. So, jetzt falle ich mir nochmal hier hin. Das ist ein Blödsinn. So, ich werde nochmal hier hin. So, man muss das jetzt nur eine gewisse Zeit lang laufen lassen. Ah, okay, gut. Das ist unglaublich und innovativ. Vielleicht nicht genau in der Reihenfolge. Ich durfte etwas beiwohnen, dass mir den Verstand geraubt hat. Ah, ja, haha. Ah, okay, alles. Was ist das für uns eigentlich? Das ist aber so eine Händlerin, ne? Okay, Blumen soll ich sammeln. Das ist jetzt aber auch, glaube ich. Gut, dann wollen wir... Passiert heute etwas Aufregendes? Nein, passiert nicht. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir denn jetzt mal... Sag mal, wo kommst du denn her? Pass auf die Grabräuber auf. Es gibt immer mehr von diesen Gift-Klauen-Räubern. Und wer bist du? Und wer bist du? Wenn du einen Teil der Tafel in der Kathedrale sprichst, kann ich dir leider nicht helfen. Warum brauchst du ihn? Ach ja, stimmt. Mit dem soll ich ja reden, wegen der Tafel. Die Arche, ich hielt das immer nur für ausgedachte Geschichten der Baden. Von einer Steintafel weiß ich nichts, aber ich habe etwas ähnliches. Schau dir mal diesen nutzlosen Felsen da an. Der nimmt ihm nur Platz weg. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber du solltest mal mit der Wache allen sprechen. Er war dabei, als es geschah und weiß vielleicht etwas. Also wer wird ja von einem zum anderen geschickt? Der weiß was, der weiß was. Oder der könnte was wissen. Geh mal da hin, geh mal da hin. Alles klar. Du kannst alle Währungen anzeigen, die du im Spiel erhalten hast, indem du auf das Gehen so wohl in den Oben geklebt. Hey, Trubia Respaar. Alles klar. vor langer zeit fiel eine horde dämonen in die welt der stärklichen ein daraufhin begann der so genannte große krieg ein passender name für diesen endlosen kampf da ist man die kamera nicht drin kann da kann sich die charaktere mal ein bisschen besser angucken so schau der zweite stein also im grunde genommen alles platt machen was hier rum durch ja 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 stärker so so wo ist denn jetzt um das nächste relief ach hier unten ach ich renne jetzt wieder rum bin hier völlig verkehrt ja 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 Okay, äh, ausgerüstet, kommt. Ja, warte mal ganz kurz, das kann man auch mal hier kurz zerlegen. Ich weiß, das kann ich nicht sagen. Alles. Okay, gut. Okay, gut. Der Krieg war so schrecklich, dass selbst die Götter fernblieben und die Leute ihrem Leid überließen. Und so machten sich die verzweifelten Sterblichen auf die Suche nach der legendären Arche. Sie glaubten, die Macht der Arche sei der einzige Weg, die Dämonen für immer und ewig zu besiegen. Okay, warte mal. So, bitte, wo ist das jetzt? Okay, warte mal. Alles klar. Was war denn da? Ich kann noch versuchen, wir gleich auf der Beine nach mir. No! Hände die anderen mal ab, oder? Ja! 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 Was ist das hier eigentlich? Okay. Okay. Ja, doch! Ja! 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 Eine kleine Gruppe von Helden fand die Arche schließlich. Diese sieben Helden sind die Sternenboten. Die sterblichen Völker schlossen sich den Sternenboten an, um die Dämonen zu bezwingen und dem großen Krieg ein Ende zu bereiten. Da bist du ja! Untersuchst du die Steinruinen? Vor langer Zeit nutzten die Sternenboten die Macht der Arche gegen die Dämonen. Nun wird die Welt der Sterblichen wieder von der Dunkelheit heimgesucht. Deshalb bin ich auf der Suche nach der Arche um die Welt gereist. Alle sagen, die Arche sei nur eine Legende, ein Märchen. Aber diese Steintafel ist der Schlüssel zu ihr. Ich bin froh, endlich jemanden zu treffen, der auch an die Arche glaubt. Entschuldige mich nun. Ich muss meine Suche fortsetzen. Bitte lass es mich wissen, wenn du etwas findest. So, ich bin jetzt hier erstmal bei dem Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen, wenn's gefallen hat. Danke für's Abo und das Zuschauer wieder dabei. Bye, bye.